Und ein herzliches Willkommen wieder zurück bei Super Smash Bros Ultimate mit mir von der YouTube Let's Base als Hobby mit weiteren Kämpfen und mit Daisy. Und wir warten jetzt mal auf den nächsten Kämpfer. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen schneller ein... Da haben wir schon einen. Ich finde die Grafik eigentlich voll gut hier von den Figuren. Die Details und so, die Falten hier in dem Rock und sowas. Klasse. Die Sonne. Wir haben schon einen gefunden. Es ist... Reebok mit Dr. Mario. Okay. Zwei Leben nur. Okay. Oh, komm. was hat er für eine figur genau bestände go Oh Oh also packt pfeifen sowas macht man nicht mit der prinzesse das hängt aber recht heftig nein Nein, was machst du denn? Voll mir den Arsch ins Gesicht. Oh. Und wieder mit einem Popes im Gesicht. Und gewonnen, hey! Boah, die Verbindung war echt kacke hier. Also wirklich. Aber egal, wir haben gewonnen. Wunderbar. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Gucken. Danke Reebok für den Kampf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Kampf. Hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Am besten weiter erst mal mit Daisy. Und ja. Viel Spaß auf meinem Kanal. Bye'kry. Peace. Peace bis back.